Na komm schon. Bau die schneller. Nein, ich hab noch keinen Zugriff zu modernen Technologien. Ich kann nur den Schrott bauen. Wie Flammentürme. Ja genau, ich bau Flammentürme. Wenn ich Tesla-Spulen bauen kann. Macht doch keiner. Gott, da ist ja noch mehr. Da müsst ihr auch noch was sie bauen. Wo kommen? Können die von da kommen? Weißt du was, machen wir das einfach so? Boah, hier in der Raffinerie hin. Man hoff einfach mal, dass sie nicht rechts aus dem Bildschirm raus reinkommen. Der hier ist verdammt viel eins. So, ist dir gefallen. Du sagst es gleich mal hier vorne, ne? Zwei Schächte. Ei, ei. Das ist ja Luxus. Da oben ist auch noch ein Schacht. Wie sie abgeht. Ich könnte dich mal Reparatur schicken. Zur Reparatur schicken. So rum. So passt es besser. So klingt das nach einem deutschen Satz. Aus deutscher Munde. So, da unten soll ich auf jeden Fall zwei Tesla-Spulen hinstellen, weil die kommen bestimmt übers Meer rein. Der Mammut hat nen Kratzer. Na, den soll ich vielleicht besser mal ausbeulen lassen. Und gleich mal ne Waffenfabrik bauen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Die sind in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ich bin der Schlüssel. Oh. Oh. Nein, was? Ihr ... Chirai! Ich habe meine Tesla-Spule plattgemacht. Natürlich sind die es. Ja, ich wusste es. So ein Dreck. Die müssen weg. Habe ich gerade beschlossen. Also muss ich Luftdauer bauen. Ist das meine Verteidigung im Arsch? Ach, leg mich doch. Habe ich das mal gewusst, hätte ich sie gleich. Keine Ahnung, worum sie es ausklappt. Ich will es auch gar nicht wissen. Hauptsache es klappt sich nicht aus. Okay. Bauma-Flarag-Stellung erst mal. Flakak. So, Marmur-1 ist einsatzbereit. Schicken wir Marmur-2 gleich mal los. Flak-Stellung. Flakak. Flugabwehr-Raketen. Flak-Stellung. So. Den erheiz ich mal ordentlich ein. So müssen wir das da weg. So, nächster Wambur wieder einsatzbereit. Dann bauen wir hier die nächste Flarang-Stellung. Da oben baut dann gleich mal Tesla-Spulen hin. Vielleicht baut besser noch ein Großkraftwerk. Und ich hab da schon wieder eine andere Farbe gesehen, oder? Haben wir schon wieder zwei Farben? ZWEIFARBIG! Die eine war braun. Scheiß-Niegel! Leck mich! Das ist sowas von, Baby. Tesla-Spule. Fahrt mal hin schneller, Jungs! Ab in die Raffinerie! Der ist tot. Toll! Nein! Ein hoch auf den V2-Raketenwerfer! Alle fahr jetzt bloß zurück in die Basis. Komm schon, werd fertig! Was zur Hülle? Was geht denn jetzt hier ab? Jetzt fertig! Ganz doll, haben sie die erste Bladdax schon wieder gekillt. Rapp tschtaben zeitig! Temperiert das Ding doch mal! So, jetzt rein wieder...Sichern! Du fährst doch nicht mehr raus. Spinnst du? Halt du fest. Du fährst mal da unten sammeln jetzt. Ähm, zwei, vier, fünf, sechs. Und jetzt ziehen wir hier gleich die zweite hoch. Und bauen Panzer. Was? Ey, diese Mistkerle. Diese elendigen Mistkerle. Sie haben eine Raffinerie eingenommen. Ich glaub's einfach nicht. Guck, ich brauch Tesla-Spulen. Aber bis sie plötzlich. Zwo, vier, sechs, sechs, sechs. Ist doch einfach unmöglich. Warum sie auch immer das nicht ausklappt, das interessiert mich grad auch nicht so wirklich. Kann meine Wege auch noch schön sein, na. Hier schon wieder. Was? Boah, hab ich denn jetzt schon wieder Einheit verloren? Unser Stützpunkt ist in den Blüten. Achso. Ich brauch' ich mal noch ne Flarag-Stellung. Ist das langsam ohne Lustig, ne? In meiner Basis hier. Ja. Hallo, Flarag-Stellung, hab ich gesagt. Wir brauchen Silos. Boah, mein Minenleger. Was zur- Nein! Klasse, jetzt ist es mir wieder abgekackt. Der Speicherstand ist noch gar nicht so alt. Halt doch die Fresse. Nein, nicht stoppen. Weiterbauen. So, warum das jetzt abgekackt ist. Wir bauen erst mal ein Tech-Zentrum. Nein, ich wollte ja ne Flakak-Stellung bauen. Flakak? Ein Flugfeldbräuern auch. Ei, ei, ei. Und der darf jetzt ein bisschen Spaß haben. Finde ich saulustig, dass die alle mal ne Basis fahren mit den Sammlern. Wahrscheinlich, weil er- Ah, weil er noch ein Erz ist, na klar. Jetzt bauen wir gleich noch ein Flugfeld. Hab' ich ne Werkst- Ich hab' ich ne Werkstatt. Ich schick' Panzer in die Werkstatt und frag' wo ihr Werkstatt habt. Ja, ja. Wollte da vielleicht noch- Schnell, ich brauche Tech-Zentrum. Nein, Tech-Zentrum. Wir brauchen alle die Fresse. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So, ich vermiene hier Sicherheits-Alsumme alles. Und ich sehe gerade, die Russen haben andere Minen als die Alliierten. Finde ich schönes Detail. Ein schönes Detail. Wenn hier oben alles hoch geht, einfach mal. Ja, Jungs und Mädels, da kommt ihr nun nicht mehr so einfach rein. Boah, dass die meine Raffinerie gekillt haben, kotzt mich so an. Bauen wir. Was? Keine neuen Panzer? Ja, hätte ich das gewusst. Ich kann nichts Neues bauen. Ah, steht da nicht so dumm rum? Oh, hier steht natürlich nur wieder dumm rum. Warum solltet ihr auch was anderes tun? Das wäre ja logisch. Aber die Logik habt ihr sie eh nicht so. Fahrm rüber. Ja, Sir. Hallo, reparieren. Zeit wird's. So, wir schicken sie aber mal ganz in den Haufen. Dann bauen noch ein. Das ist ein Schiff. Da oben ist noch mehr. Ach, herrlich. Ähm, da soll ich vielleicht noch eine dritte hinstellen. Wäre vielleicht nicht das verkehrteste. Bei Gelegenheit mal. Bei Gelegenheit Tesla-Schmule bauen. Ja, ich soll da definitiv noch eine dritte hinstellen. Die greifen aus der Richtung nämlich ziemlich aggressiv an. Aber jetzt muss erst mal hier noch eine hin. Boah, wenn die Dinger nicht so viel Strom fressen würden. Komm schon. Bier, mauern den Strand zu. Was? Weg mich. Was die für einen Schaden machen? Das ist ja krank. Super, jetzt ist schon wieder eine Tesla-Spule platt, hätte ich gewusst. Ja, Sir. Weg mich. Was die für einen Schaden machen? Das ist ja krank. Super, jetzt ist schon wieder eine Tesla-Spule platt, hätte ich gewusst. Ich habe gerade schon wieder so Lacks irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mach immer zu. Ich sichere mal lieber. Das Sichern ist immer gut. Und noch eine Flarak-Stellung, weil es so schön ist. Und mein Spionage-Flobzeug ist, glaube ich, wieder bereit, oder? Jawoll. Sie wüssten, wo sie sind. Ich das wüsste. Ich mach mal weiter den Stand da unten zu. Und noch eine. Kann ja nicht schaden. Was denn da oben? Ich habe gerade mein erstes Angriffsziel gefunden. Nee, du sollst da reinfahren. VOR REIN IN DIE UNDE SCHEISSE! Wird repariert. Oder Geld für das verkauft. Ja. Verkauf mir doch mal gleich alles. Brauchen wir eh nicht wieder. Bist du doch mal raus? Ja, ich wollte doch nicht mehr bauen. Ein wenig mehr. Mit der Weng meinte ich einen ganzen Haufen. Also einen richtig schönen Haufen. Komm schon, lieg schneller. Du nimmst mir mal den Gefallen und fahr zurück in die Basis. Hallo, fahr da mal zu. Ach, scheiß doch die Wand an. Ach, halt's Maul. Nein, sag nicht, die haben einen Sammler von mir gekillt. Doch, haben sie. Leck mich doch. Die killen gleich noch einen. Warte mal weg. Sammel weiter. Hatte ich keinen Zwick mit euch. Nein! Da wollte ich die doch gar nicht dachten. Jetzt bleibt sie stehen. Komm schon, mach die doch mal platt. Steht sie gut, wo sie steht. Fertig. Musst echt aufpassen. Das ist sauempfindlich alles. Schön wieder durch meine Basis wird. Finde ich schön. Oh, jetzt ist da schon wieder einer. Da ist der jetzt noch nicht bei wegfahren. Was macht mal ein Spionage-Flugzeug? Wo kommen denn die her? Das wüsste ich jetzt gern mal. Halt's Maul. Ach, da kommen die her. Alter. Ich habe hier keine Kohlen, um irgendwas zu reparieren. So, jetzt krieg ich das aber reingedrückt. Mann, ey. Wo bleibt mein Panzer? Ja, Sir, okay. Okay. Nee. Ich will ein Panzer. Und dann noch ein. Und 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 noch, 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 noch. Noch ein, 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 ein. Ja, das sind schon wieder Panzer. Was gibt's? Ja, jetzt reicht's aber. Ja, Sir, in Ordnung. Sie nicht wählen. Jetzt fahren wir da erst mal rein. Wo fährst du denn jetzt hin? Du Vollidiot! Nicht da rüber. Da soll der jetzt hinfahren. Ab mit dir in die Basis. Dann bleibst du jetzt auch. Könnt der nicht irgendwo rauf fahren? Das kotzt jetzt grad an. Latt machen. Da hast du euch halt nicht einfach abschießen. Dann schießt man ein wenig zurück. Wer ist denn da mit? Oh. Komm schon, mach den mal platt. So, fertig. Das ist das. Ziellos, mach mal platt. Die war ne Bauverliebplatt. Pff. Warum mal net? Sichern mal wieder. So, Raffinerie. Oh, oh, Panzer. Bleib doch mal stehen, ihr Kackdinger. Ja. Wollte sie mir mal einen Mammutpanzer anlegen. Junge, das Ding ist groß genug, um da drüber zu fahren. Und die haben ne platt bekommen. Ich glaub's einfach nicht. Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Die haben wirklich den Bauhof platt gemacht. Sollte ich mal hier weg den Ruhkrieg rüberfahren. Was denn da noch? Noch mehr Einheiten von denen. Ja, ich weiß, dass sie keine Kohlen haben. Und wir es dauernd zu sagen, sonst macht's alles besser. Schalten wir das Strom ab. So, Sammler. Erstmal die Waffenfabrik. Die schießt zwar net zurück, aber damit können sie noch Zeug bauen. Das wollen wir erstmal unterbinden. Ach, halt's mal. Was ist mit dem Kackfliegerding da noch? Und was zur Hölle? Da lag er ja vermögend. Wieso ist er ewig drum rumfahren? Und überhaupt nix treffen, ihr Schrottdinger. Ja, ja, blablabla. Der bewegt sich nicht. Tötet ihn. Es entscheidet euch. Greift ihr mich an oder haut ihr ab? Na komm schon. Jetzt macht die doch mal platt. Halt doch mal stehen. Halt doch mal stehen. So. Das hat an den Ressourcen gezehrt, du. So, jetzt schauen wir mal da oben noch nach. In der Zwischenzeit machen wir hier noch das hier platt. Ich brauche bald ganz viel neue Erzfelder. Komm schon, lande wieder. Ach, dann hau doch ab. Ja, lauf noch weg. Und ich brauche ganz dringend Erz. Erwartet ihr aufs Spiele. Bestätigt. Und ich... Und ich...